Wenn mehrere Mitarbeiter mit einem Easybill-Account arbeiten, dann ist es natürlich wichtig, dass jeder seinen eigenen Zugang bekommt. Erstens könnt ihr damit genau definieren, was darf ein Mitarbeiter im Account überhaupt machen. Zweitens könnt ihr ganz einfach sehen, wer hat dieses Dokument angelegt, wer hat diesen Kunden bearbeitet. Und drittens könnt ihr sogar auswerten, beispielsweise alle Rechnungen in einem Schwung angezeigt bekommen vom letzten Monat, die ein bestimmter Mitarbeiter erstellt hat. Wie also Mitarbeiter angelegt werden und die rechte Verwaltung in Easybill funktioniert, das wollen wir uns in diesem Video mal genauer anschauen und dafür springen wir einmal direkt. Schauen wir uns zunächst mal die Mitarbeitergruppen an. Mitarbeitergruppen sind quasi Rollen, die ein Mitarbeiter ausfüllt und die definieren, was darf er sehen, was darf er im System machen. Dazu gehe ich hier oben mal auf meine Firma und klicke hier auf Mitarbeitergruppen. Wir sehen jetzt, dass es drei Gruppen schon von Haus aus im System gibt. Das ist der Administrator, der Mitarbeiter und der Steuerberater. Der Administrator, der hat alle Rechte, dem kann ich auch kein Recht nehmen. Wenn ich also jemanden zum Administrator mache, dann hat er wirklich voll Zugriff auf alle Funktionen. Bei einem Mitarbeiter und einem Steuerberater ist das Ganze schon ein bisschen abgestuft. Ich klicke jetzt hier einfach mal auf den Mitarbeiter. Dann kann ich anfangen zu definieren, darf er zum Beispiel alle Dokumente sehen, die sich im System befinden oder darf er nur solche sehen, die er auch selbst angelegt hat. Darf er die Dokumentennummer einer Rechnung, die er erstellt, überschreiben? Darf er im Dokumenteneditor einen Artikel einfügen? Oder darf er das FIBU-Konto, die Kostenstelle, den Steuersatz einer Position ändern? Dann, welche Versandmethoden stehen ihm zur Verfügung, wenn er ein Dokument später versenden möchte? Weiters kann ich auf Dokumententyp-Ebene definieren, was darf er überhaupt erstellen? Darf er überhaupt Rechnung schreiben oder ist das Rechnungsschreiben einer anderen Abteilung vorbehalten? Wenn das Dokument noch nicht fertiggestellt, also im Entwurf ist, darf er was denn pro Dokumententyp machen? Darf er das Dokument bearbeiten oder darf er das nur für eigene Dokumente, also solche, die er wirklich auch selbst erstellt hat? Gleiches gilt für das Löschen von Entwürfen oder dann das Fertigstellen von Entwürfen. Ich könnte also zum Beispiel sagen, der Mitarbeiter darf Rechnungen schreiben, aber er darf sie nicht fertigstellen, weil eine andere Mitarbeitergruppe die Rechnungskontrolle dann nochmal macht und die Rechnungen dann erst fertigstellt, die vorher im Entwurf angelegt worden sind. Und dann haben wir hier noch den Bereich für die Aktionen, die mit einer fertiggestellten Rechnung gemacht werden dürfen. Zum Beispiel das Versenden oder bei einer Rechnung oder Gutschrift auch das Erfassen von Zahlungen. Jetzt ein bisschen runterscrollen, kommen wir zur Rechteverwaltung rund um die Firma. Auch hier könnte ich sagen, welche Kunden darf er denn sehen? Darf er alle sehen oder nur eigene? Sag ich jetzt, er darf nur eigene Kunden sehen, also solche, die er selbst angelegt hat oder solche, die ihm zugewiesen wurden, dann sieht er auch nur die Dokumente dieser Kunden. Also es geht dann nicht nur um den Kunden, sondern alles, was mit dem Kunden zusammenhängt. Ebenso haben wir hier die Rechnungsposten, also Artikel und Dienstleistungen, die ich im System verwalte. Auch dazu kann ich individuell die Berechtigungen verteilen. Aufgaben, Projekte, Zeiterfassung, den Bankkontenabgleich. Darf er den sehen? Darf er da reingehen, wenn Sie das Bankkonto angebunden haben beispielsweise? Darf er Auswertungen oder Statistiken durchführen? Darf er Exporte machen? Also Exporte hier in dem Sinne, die Steuerberaterexporte anstoßen. Und noch wichtiger, wie sieht es denn aus mit dem Kundenstamm? Hat er das Recht, den Kundenstamm als CSV-Datei zu exportieren? Darf er das nur für eigene, für alle oder für gar keine Kunden? Hier kann man also individuell festlegen, welches Recht hat der Mitarbeiter? Abschließend dann auch noch für das Thema Apps, also den Importmanager, der ja den Bereich für den Onlinehändler bei uns abbildet, wo ich dann Online-Shops und Marktplätze anbieten kann, kann der den aufrufen. Darf er das automatisierte Mahnwesen einstellen? Mediafinanz zur Inkassoübergabe und so weiter und so fort kann ich hier individuell vergeben die Rechte. Abschließend klicke ich hier auf Speichern, um diese Einstellung für die Gruppe Mitarbeiter zu übernehmen. Jetzt kann es natürlich aber auch sein, dass ich verschiedene Mitarbeitergruppen habe. Zum Beispiel darf die Auftragsannahme viel weniger als die Gruppe, die vielleicht dann Buchhaltung heißen könnte. Auch das kann ich lösen, indem ich dann nämlich hier eigene Gruppen erstelle. Diese Gruppe nenne ich dann hier entsprechend, gegebenenfalls Buchhaltung, lege die Rechte fest. Übrigens ein Tipp von mir beim Rechte festlegen. Fangt an, möglichst wenig Rechte zu vergeben. Also Grundsatz sollte immer sein, so wenig Rechte wie möglich, so viel Rechte wie nötig, um einem Mitarbeiter nicht einen Blick in Daten zu geben, die er vielleicht gar nicht haben soll oder Aktionen durchzuführen, die ihr nachher gar nicht wollt, dass der die ausführt. Nenne ich jetzt die Gruppe also Buchhaltung, habe jetzt alle meine Einstellungen vorgenommen, klicke ich einfach nur auf Speichern, dann habe ich hier eine benutzerdefinierte Gruppe angelegt und die steht mir jetzt entsprechend auch zur Verfügung. Im nächsten Schritt müssen wir jetzt natürlich den Mitarbeiter anlegen. Dazu gehe ich hier oben auf meine Firma und auf Mitarbeiterzugänge verwalten. Es muss ja nicht zwingend ein Mitarbeiter sein, das kann ja auch ein Freelancer sein oder eben der Steuerberater. Deshalb reden wir hier von Zugängen eben zu dem Easybill-Account. Ich sehe erstmal hier in der Übersicht, welche Benutzer gibt es aktuell, welcher Gruppe sind die zugeordnet. Ich sehe, wann haben die sich zum letzten Mal eingeloggt, zum letzten Mal auf Easybill zugegriffen, wie oft haben die sich überhaupt eingeloggt, haben die derzeit den Supportzugriff aktiv, damit sich unser Team einloggen kann bei entsprechenden Fragen und ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiv. Wenn ihr nämlich beispielsweise eurem Team vorgebt, dass alle als zusätzliches Sicherheitsmerkmal die Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzen sollen, könnt ihr hier jederzeit überblicken, ob auch alle sich daran halten. Und abschließend seht ihr noch den Status. Ist das also ein aktiver Zugang, der sich einloggen kann, oder einer, den ihr gesperrt habt, weil der Mitarbeiter beispielsweise das Unternehmen verlassen hat. Dann würden wir nämlich diesen Zugang nicht löschen, sondern ihn einfach nur sperren. Hat den Vorteil, dass dadurch natürlich die kompletten Verknüpfungen erhalten bleiben. Also ihr nach wie vor sehen könnt, wer hat denn das Dokument erstellt, wer hat denn den Kunden bearbeitet. Das würde natürlich nicht mehr gehen, wenn es diesen Zugang gar nicht mehr geben würde im System. Um jetzt einen neuen Mitarbeiter anzulegen, gibt es hier oben rechts den blauen Button Mitarbeiter anlegen. Da klicken wir also einfach drauf. Dann vergeben wir Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse. Erstmal ist hier als Standard definiert, dass dieser Mitarbeiter natürlich einen aktiven Zugang bekommen soll. Wir definieren noch die Gruppe. Beispielsweise ist der jetzt in der neuen Buchhaltungsgruppe. Dann könnten wir hier die Telefonnummer und eine Unterschriftengrafik hinterlegen. Beides Daten, die per Platzhalter sich später auch auf Dokumente mit aufbringen lassen. Und ihr könnt auch eine E-Mail-Signatur schon definieren. Macht natürlich total Sinn, wenn ihr eine Standard-E-Mail-Signatur im Unternehmen habt und sicherstellen wollt, dass alle Mitarbeiter von Anfang an eben diese korrekte E-Mail-Signatur auch nutzen. Ist das jetzt eingetragen, klickt ihr hier oben auf Weiter. Der Mitarbeiter bekommt dann eine E-Mail, mit der er das Passwort für sich vorgeben kann. Und damit ist der Zugang entsprechend angelegt. Und der Mitarbeiter hat die richtige Rolle, die für ihn vorgesehen war. Jetzt, wo ich den Mitarbeiter angelegt habe, möchte ich natürlich auch sehen, wofür kann ich das denn genau nutzen. Und ein paar Beispiele. Wenn wir jetzt hier uns mal auf Dokumente gehen, auf Rechnungen klicken, dann sehen wir zunächst einmal in der Spalte verknüpft mit, wer hat dieses Dokument angelegt bzw. wem ist es zugewiesen. Wenn ich jetzt hier auf diese Rechnungsnummer klicke, dann habe ich hier rechts außen in diesen Zusatzinformationen zum Dokument auch die Aktivitäten drin. und kann hier zum Beispiel auch sehen, wer hat denn hier an dem Dokument gearbeitet, wer hat Positionen aktualisiert, das Dokument abgeschlossen, gegebenenfalls auch den Versand ausgelöst, kann ich hier alles komplett einsehen, falls ich mich frage, wieso sieht dieses Angebot jetzt anders aus, als es vorher aussah. Gleiches gilt für den Kunden. Wenn ich jetzt auf einen Kunden klicke, dann sehe ich hier auch immer, wem ist dieser Kunde denn zugewiesen. Dieser jetzt beispielsweise mir als Administrator. Jetzt habe ich hier meinen neuen Mitarbeiter und der soll nur bestimmte Kunden sehen, nämlich die, für die er zuständig ist. Neukunden würde er dann selbst anlegen, damit er sie sieht, aber es gibt vielleicht auch ein paar Bestandskunden, wo ich ihm jetzt die Zuständigkeit übertrage. Und damit er die sehen kann, klicke ich jetzt hier links außen auf mehr, bearbeite den Kunden und würde jetzt hier unten diesem Mitarbeiter den Kunden zuweisen. Dann ist es so, als hätte er den angelegt, er kann den sehen, wenn er nur eigene Kunden sehen darf und entsprechend hier dann auch bei Angeboten nachtelefonieren und so weiter. Natürlich könnt ihr diese Mitarbeiter auch immer als Filter nutzen. Gehen wir mal jetzt bei den Rechnungen in die Suchmaske hinein. Hier könnt ihr selbstverständlich suchen, alle Rechnungen, die ein bestimmter Mitarbeiter angelegt hat. Oder wenn es mehrere Filter gibt zu dem Kunden, alle Dokumente aus dem Zeitraum von dem Mitarbeiter, kommt also genau an die Daten, die ihr haben möchtet. Ähnlich sieht es abschließend, zeige ich euch das noch ganz kurz bei den Auswertungen aus. Denn auch hier könnt ihr beispielsweise jetzt hier im Rechnungsausgangsbuch im Auswertungsumfang filtern, dass ihr jetzt für den gewählten Zeitraum alle Rechnungen, Stornos und Gutschriften sehen möchtet, aber eben nur solche, die ein bestimmter Mitarbeiter, in unserem Fall hier vielleicht der Administrator, übernehmen, angelegt hat. Und wenn ihr jetzt Mitarbeiter in Easybill anlegt, dann habe ich einen Tipp für euch. Zeigt denen das Video hier, denn da weise ich auf die zehn häufigsten Fehler hin, die es beim Erstellen von Rechnungen gibt, die wir in unserem täglichen Arbeiten mit den Kunden mitbekommen. Das ist sicherlich ein hilfreicher Start für die Kollegen. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen und sage, bis dahin.